Willkommen auf dem heißen YouTube-Kanal von News. Abonnieren Sie den Kanal, um die neuesten und heißesten Nachrichten zu erhalten. Jennifer Rankhauser geht zum Friseur, Olle Pocher rastet aus. Nach Sarah Harrison, 28, und Johannes Haller, 32, muss jetzt auch Jennifer Rankhauser, 27, die Netzhähme von Olle Pocher, 42, über sich ergehen lassen. Der blonde Komiker hat es sich zur neuen Aufgabe gemacht, in Flünzer erbost darauf hinzuweisen, wenn diese in Zeiten von Corona in seinen Augen unpassendem Content veröffentlichen. Bei Sarah war es der Dubai-Urlaub und bei Johannes die Autoreise nach Ibiza. Bei Jenny ist es nun auch ein Ausflug und zwar zum Friseur. Die Dschungel-Kam-Königin wohnt aktuell mit ihrer Oma zusammen und ältere Menschen fallen bekanntermaßen unter die Corona-Risikogruppe. Olle rastet deswegen völlig aus, ich kapiere es nicht. Wo sollen wir momentan nicht hingehen? Wie viel Meter sollen wir Abstand halten? Wo ist Jenny Frankhauser vor vier Stunden beim Friseur? Der Komiker kann es absolut nicht nachvollziehen, warum man in der aktuellen Lage sich die Extensions austauschen lassen muss. Mit ihrem Thailand-Scheiß-Kookigürtel, ich kapiere es nicht. Wir haben fucking Corona und du gehst noch zum Friseur, du bist so eine Hohlbringe, schimpft er weiter. Neben dem Friseur-Besuch witzelt Olle auch über Jennys Werbeposts. Die Netzbekanntheit bewirkt die Echeks, die nicht nur beim Abnehmen helfen sollen, sondern auch beim Zunehmen sowie beim Halten des Gewichts. Der Komiker hält dies für ein absolutes Unding. Der Komiker hält die Echeks, die nicht nur beim Abnehmen. Der Komiker hält die Echeks, die nicht nur beim Abnehmen. Vielen Dank.